Freunde, 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 der Kedos mal wieder hier und ich melde mich gerade eben aus dem Schnitt heraus. Das heißt, Rambo the Video Game ist für den Menschen, der gerade eben spricht, zum Glück schon durchgespielt. Allerdings möchte ich eine ganz, ganz wichtige Warnung anbringen. Diese Episode hier geht nicht umsonst über eine Stunde und hätte ich sie nicht geschnitten, würde sie auch locker zwei Stunden gehen. Das hier ist mein allerschlimmstes Let's Play Finale of all time. Das liegt nicht mal zwingend nur an dem Spiel, sondern auch daran, dass ich zum Ende hin erst bemerkt habe, dass ich eine bestimmte Sache, die eine Person jetzt im Nachhinein sehr oft in den Kommentaren angemerkt hat, aber ich habe das ja im Voraus aufgenommen, immer missachtet habe. Und das sind nicht diese Fertigkeiten, sondern die Boni hier unten rechts. Denn diesen ganzen Kram, den wir immer freigeschaltet haben, den konnte man hier auswählen. Das heißt, ich hätte einfach von Anfang an reinpacken können, um 15% mehr Munition und Rambo richtet um 25% mehr Schaden an und perfektes Nachladen oder Rambo bewegt sich um 50% schneller und XP und was weiß ich was. Also lauter so richtiger OP-Shit, der uns das Ganze hier viel einfacher gemacht hatte. Denn das Finale ist ein Grauen für mich gewesen, weil ich komplett ohne diese Boni gespielt habe. Ich habe quasi Rambo the Video Game im Hardcore-Modus durchgezockt und ich bin jedem dankbar, der sich diese Stunde gibt. Ich habe versucht, das Ganze irgendwie halbwegs annehmbar zusammenzuschneiden. Es wird viel gelitten und wer sich das anschauen möchte, der kann das gerne tun und hat damit meine unendliche Dankbarkeit. Alle anderen dürfen weinen gehen und werden bestimmt nach 5 Minuten abschalten. Trotz allem viel Spaß mit dem Finale von Rambo the Video Game. Offiziell mein schlimmstes Let's Play Finale. Bis zum derzeitigen Datum. In der letzten Episode habe ich euch alle bestimmt ein bisschen angepisst, weil ich mitten in der Mission aufgehört habe. Aber wir machen auch mitten in dieser Mission wieder weiter mit Rambo the Video Game. Und wir wollen eine richtig fette Wumme hier in Afghanistan, ja. Eine richtig fette Wumme. So, Freunde, wo gibt es denn hier mal wieder ein paar Gegner zum Abschüde? Einmal hier und einmal. Was haben die denn eigentlich auf? So schicke Sonnenbrillen haben die. Richtig schnieke, wie die da ausgerüstet werden vom Militär, du. Oh Mann, ey, da habe ich die Granate nicht kommen sehen. Es tut mir so leid, ey. Und das direkt zum Anfang der Folge, da schaltet euch jeder wieder ab. Ach, das ist doch echt hier ein, ein... Vielleicht seht ihr jetzt nochmal die Wumme. Ja, guck mal, da seht ihr das genau, deswegen bin ich gestorben. Ich wollte euch auch nochmal zum Anfang der Episode dieses wunderschöne Gewehr zeigen, das dort auf dem Hügel steht, ja. Damit ihr euch denken könnt, ja, da habe ich, da habe ich richtig Bock drauf. Das ist doch ein richtig schönes Ding, ja. Das ist doch richtig toll. So, jetzt mache ich mal so. Und keine Ahnung, wo das jetzt gelandet ist, aber es hat irgendwas getroffen, immerhin. Das ist doch schon mal was, ne? So, schnell noch perfekt nachgeladen, weil das kann ich ja am besten, wie vor allem die ganzen vorherigen Folgen beweisen, dass, da bin ich ja nie gestorben durch irgendwie verspätetes Nachladen. So, Moment, das will ich platt machen. Ich will das platt machen. So, Dankeschön. Ich wollte, ich, Entschuldigung, ich wollte das platt machen. Ich bin einfach ab und zu, bin ich da knallhart. Da muss ich das, äh, muss ich einfach mal richtig draufballern. Das geht ja gar nicht anders. So, Kumpel, Dankeschön. Du hast mir ein bisschen Leben eingebracht und dein Kollege hier auch. Und, äh, ihr nicht, weil ihr seid ja, äh, cool. Ihr seid ja meine freshen Homies. Und du nicht. Und du auch nicht. Und ich, äh, Moment, ich musste nachladen. Tut mir leid. Tut mir leid, ich musste, manchmal, manchmal muss ich kurz ne Runde nachladen. Und du, äh, wirfst jetzt sicherlich nicht irgendeine blöde Granate wieder nach mir. Ja, das kannst du nämlich ganz gewaltig dir, kannst du dir stecken. Ja, ganz gewaltig. Wie laufe ich denn? Was habe ich denn für einen Laufstil hier? Und warum renne ich jetzt nicht gleich zum Gewehr, sondern muss hier nochmal, äh, privat ein bisschen Schickimicki machen? Ist doch auch irgendwo ein bisschen uncool. Aber das hingegen ist cool. So, den möchte ich noch gerne in den Händen. Jetzt stehen die hier oben, ey. Da musst du ja wirklich, da musst du ja zielen. Ist ja ganz was Neues in Rambo hier. Würde ich jetzt richtig, Moment, das möchte ich hier. Ja, den möchte ich mir, den möchte ich mir noch gönnen. Ich jage einfach mal kurz ein ganzes Magazin rein. Das zählt doch als Genauigkeit, oder? Bestimmt, bestimmt. Das war super genau. Also halt nicht auf den Gegner, aber auf, so, da ist noch einer. Tschüss. Hallo. Was, hä, von wo? Von wo? Machen wir einfach mal so. Das war nur der Einzige. Ja, und wie hat er mich getroffen? Ich hab auf den drauf geschossen. Och, Mann, ey. Och, Mann, ey. Money, 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 money. Hol die Hubschrauber runter, bevor sie das... Ach, wir zerstören mal nicht das Dorf. Das ist ja eine ganz neue Situation. Boah, das ist schwammige Steuerung, ey. Alter, ist das schwammig. Ja, Mensch, das ist... Alter, ist das super schwammig. Das ist so schwammig. Leute, ey, ohne Witz. Das ist richtig schlecht, die Steuerung. Also ist ja auch ein Riesengewehr, aber trotzdem. Boah, ist das schwierig zu steuern. Mensch, krass. Da fühlst du dich, als hättest du gar keine Kontrolle über das Ding. Boah, ey, übelst, übelst, sag ich dir, Zerbrenner, du. Da kannst du ja gar nicht richtig mit Ziele, so als wäre der Rembo richtig dicht, du. Ja, wo sind denn hier Raketen? Den nehme ich jetzt erstmal runter, den einen Helikopter. Boom, boom, boom. Ja, wie erguckt, du. Als wäre er kurz vor einem unglaublich schönen Orgasmus. Oh mein Gott, es ist jetzt sein Krieg. Und ich hab bestimmt schon wieder nicht zwei Sterne, weil ich das einfach, das Spiel gönnt mir das einfach nicht. Mann, guck dir das mal an hier. Schon wieder Levelwertung 1. Ich bekomm nie was Besseres, aber ist mir jetzt egal. Wir ziehen das jetzt knallhart durch, nächste Mission. In der Festung. Die eine ganz schöne Beleuchtung hat, finde ich so nebenbei. Oh, das war's. Oh, das war die falsche Antwort. Ich bin kein Patientmann, Colonel Troutman. Aber ich bin wahr und frei. Ist der Troutman nicht der, der die ganze Zeit bei der Beerdigung geplappert hat? Kommt mir bekannt vor, das Gesicht. Und den retten wir jetzt, oder wie? Oh, schön hier. Oh, die Schleichmission mag ich. Die finde ich ganz cool. Hat man auch schon länger jetzt nicht mehr. Warte auf den richtigen Moment, um durchzuschlüpfen. Richtiger Moment ist am Start, bin ich mir ziemlich sicher. Kaltblütig. So, dann lassen wir das nochmal vorbeiziehen hier. 3, 2, 1 und... Müsst ihr das nicht mal zwei geben, wenn ich das gleich zweimal hinbekomme, so in Folge? Ich meine nur. Müsst ihr das nicht mal zwei geben, wenn ich das gleich zweimal hinbekomme, so in Folge? Wähle deinen Weg. Ja, geil. Das hätte man so viel öfter machen können. Selbstverständlich möchte ich schleichen. Das finde ich besser, als jetzt hier gleich wieder eine große Ballerei zu machen. Okay, hinter die Wachen muss ich mich jetzt schleichen. Das hat funktioniert. Also die Schleichmission finde ich echt ganz schnieke. So, 1, 2, 3, den haben wir direkt zersiebt. Und jetzt ganz langsam bereit machen, das Quick-Time-Event nicht verkacken, sondern perfektes Timing hinlegen. Und dem Typen das Messer direkt ins Herz. Und schnell die Wächter eliminiert. Boah, das funktioniert ja super. Aber schön, dass man hier... Das hätte man wirklich das mit dem Weg wählen. Das... Oh mein Gott. Ach nein, das ist so gut gelaufen bisher. Und jetzt hat er wieder was durch den Kopf gekriegt, der Otter Rambo. Der hatte aber auch immer ein Pech mit. Also nochmal bereit machen. Und das gibt minus 10.000 Punkte eben mal, wenn man hier stirbt. Minus 10.000. Oh. Ach, nicht schon wieder. Das ist ja wohl echt... Das... Das... Wieso denn? Jetzt lief das doch gerade... Ach, Mann. Mann, 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 Mann. Freunde, da rege ich mich echt tierisch auf mit. So, jetzt nochmal perfekt. Und jetzt muss ich halt gleich wieder den Bogen anspannen. Man merkt auch am Anfang nicht, wo seine Maus steckt irgendwie. Das, äh... Die ist nicht zentriert, sondern die ist irgendwo in der Pampa. So, jetzt aber. Ich muss auch nicht... Ich soll auch nicht immer warten, bis der... Bis der... Ding hier ganz unten ist. So. Diesmal hat es funktioniert. Sondern immer gleich den Bogen anspannen, sobald man halt die Gelegenheit dazu hat. Wiederhole die Scharfmachsequenz. Okay. 9, 4, 3, 8, 6. 9, 4, 3, 8, 6. Bombescharf. Ja, so was kann der Kiel aus. Hat er drauf. Wenn er will. Wenn er will, dann kann er das. Okay, gleich zwei auf einmal sind da unten. Und da oben haben wir nochmal so einen Turm. Bereit machen. Und zack. Direkt zersiebt. Also diese... Also die Schleichsequenz machen echt Spaß. Das ist jetzt einfach eine ganz persönliche, subjektive Empfindung. Ihr könnt von dem Spiel bisher halten, was ihr wollt. Von der Qualität her. Aber, äh... Die Schleichsequenzen, die... Die bocken echt. Schön! Und nochmal eine Bombe. Alles klar. 4, 3, 1, 9, 2. 4, 3, 1, 9, 2. Ja, man steht halt mit deinem Finger. Bombastisch! Ja. Das ist der Rambo. Ein bombastischer Kerl. Sauber zersiebt. Obwohl, man kann es ein bisschen an der Bewegung merken, ab wann man schießen kann. Aber drei Stück auf einmal muss ich jetzt nicht mit dem Bogen hier irgendwie zersieben, oder? Das fände ich ein bisschen heftig. Bereit machen. Alles klar. Und D. DW direkt in den Hals. Was für ein schlechter Spruch. Ich bitte dich. Der Abend wird immer später, die spricht immer schlechter und das Gameplay auch. Alles wird schlechter. So, merken. 8, 4, 6, 3, 5. 8, 8, 4, 6, 3, 5. Wenigstens haben wir noch nicht bei so einer Bombe verkackt. Oh, ein Panzer. Den können wir natürlich auch direkt mit dem Bogen erledigen. Ja, aber mit den normalen Pfeilen. Das klappt bestimmt. Alles klar. Ein weiterer Kontrollpunkt. Vorsicht vor wachenden Scheinwerfern. Okay, ich muss jetzt auf beides gleichzeitig achten. Da wäre jetzt gerade eben... Das ist der Moment, glaube ich. Alles klar. Hat funktioniert. Verdammt. Den habe ich nicht erwischt. Ach. Bin ich jetzt schon wieder? Habe ich ihn noch? Habe ich ihn noch? Habe ich ihn noch? Oh, der schießt mir in den Kopf. Der hat sich nur umgedreht. Sterbe ich jetzt vor dem bloßen Blick von dem? Och, Kacke, Mann. Und jetzt muss ich auch noch... Oh, Mann, 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 Mann. Das nervt so. Das sind so blöde Flüchtigkeitsfehler. So, jetzt warte ich noch mal, bis gleich der Moment da ist. Und zwar jetzt. So. Schnell rüber. Und dann dieses Mal den Typen natürlich... ...ein bisschen schneller erledigen. Und der bemerkt natürlich nicht, wenn sein Kumpel stirbt. Gleich zwei Bogen-Kopftreffer sind jetzt natürlich ein bisschen... ...übermäßig geil gewesen. Ja, das ist immer ehrlich. Aber... Nein! Aber ich musste gar nicht erledigen, oder was? So, ich habe den Bogen gespannt. Das heißt, es kommt gleich wieder ein Gegner, wenn ich ihn spannen darf. Oder auch nicht. Sondern ein Kontrollpunkt. Und, äh, jetzt muss ich mich dem Panzer widmen. Denn, ja, na... Ja, okay. Das... Das... Also, damit hätte ich nicht gerechnet. Aber das, äh... Das ist natürlich die logischste Lösung. Wieso bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Dass man sich da an den Panzer dranhängt. Das ist ja... Also, wirklich, Mann. Manchmal fühle ich mich echt ein bisschen dumm. Nein! Wieso? Das war doch... Habt ihr das, Leute, jetzt mal ganz im Ernst? Das war direkt gezielt. Das war 1A auf den Kopf. Und, äh, das kostet mir meine ganzen Versuche hier. So, machen wir das halt so. Mann, 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 ey. Das ist doch wohl echt... Ich ziele zu sehr auf den Kopf mit dem Bogen. Das verkackt mir meine ganze Statistik. Der Versuch, eine perfekte Statistik zu erreichen, verkackt mir meine Statistik im Allgemeinen, wodurch sie dann wieder schlecht wird. Das ist auch ein Paradoxon, ey. Und die Jagd nach dem Stern, nach den zwei Sternen, nimmt auch kein Ende, ey. So, Kollege. Einmal hier nach oben geklettert und da gibt's bestimmt direkt einen weiteren Gegner. Wo steckt der denn? Wo steckt der denn? Ah, meine Bomben gehen jetzt hoch. Toll! Das hab ich schön gemacht. Da freut man sich doch. Ist wieder ein richtiges Silvesterfeuerwerk. Ah! So hart wie aus Stallone! Wieso ist jetzt hier ein Loch mit Zeug drin? Oh, hallo. Du hast mich aber schnell gefunden, mein Freund. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, ich darf das hier Stealth durchmachen. Jetzt muss ich hier wieder irgendwelche Leute abknallen. Da hatte ich doch gar keine Lust drauf. Mann, Mann, Mann. So, kurz nochmal nachladen. Und wo sind die Freunde? Da unten sind die Freunde. Was auch immer der da mit seinem... Jetzt kommt die ja schon mit irgendwelchen Aufsätzen an den Start. Irgendwelche Spezialeinheiten. Ah! Ah! Wir sind so toll. Ah! Hallo! Mh, seid ihr geil. Ihr seid aber die richtigen Sexy Boys. Das merke ich euch an. Ja, er legt sich direkt hier so auf den Sonnenbank-Flavor und ihm schießt sich in die Schulter. Ihr habt aber auch wirklich alle einen Tanzkurs gemacht, oder? Kann das sein, oder? Oder wieso springt ihr so mega... Ich will jetzt nicht sagen schwuchtelig, weil das wäre eher politisch unkorrekt, aber so ein bisschen tuntig. Ja, springt ihr schon durch die Gegend. Was habt ihr da drauf? Und ich darf auch nur noch zweimal sterben. Das soll ich so nebenbei im Hinterkopf behalten. Hinter mir hat gerade übrigens jemand geschossen. Der ist jetzt egal. Irgendwie, aus irgendeinem Grund. Okay, okay. Weiter konzentriert bleiben. Kein Fehler machen. Ganz wichtig. Was? Gesichtsmasken sind der Schwachpunkt bei gepanzerten Feinden. Okay, dankeschön. Das war zu spät. Ich habe ihn trotzdem... Oh, obwohl es zu spät war, habe ich ihn zersiebt. Ja, macht das erst mal nach. Macht das erst mal nach, Freunde. Zu spät sein und trotzdem die Scheiße wegrocken. Achso, das sind die Gesichtsmasken. Die muss ich jetzt hier irgendwie abknallen. Aber ich schieße ja eh schon immer nur aufs Gesicht. Das ist ja mein... Alter, diese Ladehemmung. Wirklich, das, 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 das verkackt dir den ganzen Run, wenn du eine Ladehemmung hast in dem Spiel. Aber auch den ganzen. Und ich kann gerade nicht mal nachladen. Warum kann ich gerade nicht nachladen? Wahrscheinlich, weil ich jetzt irgendwas anderes Cooles mache, oder? Nee, mache ich nicht. Ich spiele weiter. So, normal nachgeladen. Immerhin. Und... Ja, behind you, ja, kein Problem. Hat sich gleich erledigt. Und, perfektes A. Das heißt, ich schieße mich ja schnell selbst in die Zelle ein. Kuschel ein bisschen mit den wunderschönen Eisenstäben, denn John Rambo steht bekanntlich auf BDSM. Nee, nix out of here, Kumpel. Das kannst du knicken, da können so viele Spezialeinheiten angerannt kommen, wie sie wollen. Ich lade schnell perfekt nach und jag dir ein paar Kugeln ins Gesicht. So, ich muss auch mal ein bisschen brüllen. War mal wieder nötig. Kopftreffer! Und nochmal einer. Und... Nochmal keiner, aber trotzdem irgendwie getroffen. Fokus-Setten-Kill, was auch immer das gerade eben war. Was steht da? Fokus-Ketten-Kill? Ich kann gerade nicht lesen, ich bin konzentriert auf die Gegner, ja? Wie kommt denn der jetzt mit... Achso, der ist da durch den Raum gelaufen. Wir haben an der Kumpel noch nicht befreit. Ich dachte, der könnte den wenigstens mal aufhalten, das schießt sich unser Kolonial... Ja? Da muss man sowas schon können, meiner Ansicht nach. Kurz normal nachladen und... Ey, selbst das normal nachladen bringt dich halb um. Das Spiel wäre so einfach, wenn das Nachladen schneller gehen würde. Ach, jetzt räumt er einfach erstmal im ganzen Lager auf, bevor er den Typen verfreit oder rennen wir wirklich weg? Weil ich finde, dass ein John Rambo nicht wegzurennen hat. Ja, das wäre irgendwie... Das finde ich peinlich. Oh, jetzt bin ich aber smooth in die Bewegung gegangen. Smooth. Da knallt alles weg, du. Mmh, zauber, zauber. Und das war's dann jetzt auch schon wieder. Ja, wundervoll. Ich hab bestimmt schon wieder keine zwei Sterne, obwohl ich bin zu oft gestorben. Daran liegt's. Und auch meine Genauigkeit, ich hab keine Ahnung, wie ich die noch höher treiben soll. Wenn ihr das Spiel mal selbst zocken könnt, dann merkt ihr, wie schwierig das eigentlich ist. Dein Tabrina, Tamanta und unsere Wut nimmt jetzt noch langsamer ab. Und wir haben einen Fertigkeitenpunkt, den wir vergeben dürfen. Das ist doch schön. Aber trotzdem... Wieso geht denn das jetzt hier gerade? Hallo? Hallo? Geh nicht so langsam, Tabrina. Und da würde ich einfach jetzt ganz gerne noch mal aus dem Spaß, auf der Freude, auf die Fähigkeit gehen, denn ich sterbe mir eindeutig gerade zu oft. Also in den letzten Episoden bin ich mir viel zu oft gestorben. Das möchte ich in der Episode ändern. Jetzt konzentriere ich mich noch mal ganz wirklich. Moment. So, ich hab mir gerade kräftig ins Gesicht geschlagen und das sollte jetzt gehen. Er ist ein Bergsteiger. Guck mal, da bin ich an der Felswand. Ich bin so eine richtige kleine Bergziege. Ich war auch damals im Kindergarten in der Bergziegengruppe. Wir haben mal ein geiler Gruppenname. Wenn ich mal jemals den Kindergarten aufmache. Jetzt, mehr später. Die einzige Unterschiede ist, wie viel Feind Sie soffern. Seid ihr stupide Cowboys, die Amerikaner. Sie soffern, wie das faszinierte Appianz. So, jetzt sind wir bei Tag wieder da. Und es gibt wohl wieder hoffentlich eine weitere Schleichmission. Das fände ich ja super. Einmal weh, natürlich perfekt, weil was anderes kann ich ja gar nicht. Das habt ihr ja von den letzten... Gut. Hör ich mal auf, hier fälschlicherweise durch die Gegend zu prahlen. Aber warum kommt er jetzt nochmal bei Tag wieder? Bei Nacht war doch viel besser. Oder räumt er jetzt einfach noch den Rest auf? Ist so kurz heimgegangen, hat sich so einen kleinen Mittagssnack gemacht und jetzt machen wir halt den Rest. Ist es so? Wahrscheinlich ist es so, Rambo, ne? Hast du dir kurz ein kleines Brötchen gemacht? Lecker mit Käse und Wurst? Hast du dir reingezogen, hat es ja gar nicht geschmeckt? Oh Gott, meine Stimme, ey. Ich hab jetzt aber wirklich schon so ein bisschen was am Hals. Ich bin einfach so lange Aufnahme-Sessions nicht mehr gewöhnt. Aber das wird sich ändern. Ja, das ändert sich. Ganz, ganz, ganz gewaltig. Und da schlagen sie ihn. Oh, äh. Weißt du, das ist dieser Übergang, ey. Der ist echt nicht gut gemacht. Von plötzlich entspannte Schleich-Missionen, ja, und du bist darauf gefasst, die Quick-Time-Events zu machen und plötzlich musst du wieder durch die Gegend schießen wie ein Geistesgestörter. Da könnte man doch wenigstens nochmal so eine Breitmachen-Meldung einbauen. So wegen Breitmachen zum Schießen oder sowas. Aber nee. hatten sie keinen Bock drauf. So, aber jetzt ist meine Genauigkeit ist doch gerade mega hoch eigentlich. Ich habe doch bisher alles hier mit dem zweiten oder dritten Schuss zersiebt. So, und auch mein Nachladen 1A. Ich wüsste nicht, was man hier besser machen könnte. So einen Schuss habe ich gerade eben. Komm, jetzt geh doch mal. Kumpel. Kann ja wohl nicht angehen mit dir. So, jetzt in der Mission möchte ich jetzt wirklich mal was reißen, weil bisher läuft das ja ganz gut. So. Wieso hat das so lange gedauert mit dem Kopftreffer? Mann, 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 da ist er. Unser Colonel, da hängt er wie so ein, wie so ein, wie so ein, wie so ein Sack hilft. Das finde ich ganz gut. Also kann ich mich weiterhin darauf konzentrieren, hier top genau alles wegzutreffen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Hallo, ich möchte wieder nach oben. Ich bin schon, bin schon bereit. Oh, das läuft richtig gut bisher. Das muss ich so halten. Das muss ich so halten. Das muss ich jetzt. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo die zwei Sterne kommen. Ich habe das, ich spüre das im Blut. Ja. Ich spüre das richtig. So. Oh, ganz lange doch normal nachgeladen. Das wäre fast eine Ladehemmung geworden. Komm schon, lad schneller nach. Alter. Das kannst du doch nicht bringen. Ich habe normal nachgeladen. So. 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 Konzentriert bleiben. Weiterhin Kopftreffer liefern. 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 Nichts verkacken. Nichts verkacken. Nichts verkacken. Einmal kurz so. Verdammt. 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 Die erste Ladehemmung in dem Level. Nochmal nachladen und diesmal richtig, weil ansonsten hat man auch nicht genügend Munition am Start. Dann hat man nämlich nur so 26, so hat man 52. So. Zum Glück war das gerade eben ganz praktisch von der Situation her, wie das passiert ist. Wer das in einer anderen Situation passiert. Oh. Holler die Waldfee, Freunde. So. Ich bin gerade sehr konzentriert. Deswegen verzeih es mir, wenn ich mal kurz irgendwie, äh, jetzt nicht hier so die Hammersprüche raushau ohne Ende. Aber ich will das jetzt möglichst sauber machen. Ja. Ich möchte jetzt wirklich mal irgendwie die Gelegenheit nutzen, hier ein, hier ein richtig sauberes Gameplay hinzulegen. Und nochmal, nochmal nachgeladen. Immerhin. Das Perfekt ist echt schwierig bei der Waffe. Verdammt schwierig. So, den haben wir auch direkt zersiebt. Es läuft gut. Es läuft echt gut. Nur bisher hatten wir keinen richtigen Kontrollpunkt und das Level dauert bestimmt auch nochmal eine ganze Weile, ey. Da ist der Helikopter. Ich denke mal, zu dem wollen wir. Ja, ich kann alles. Hey, du hast doch voll schon Helikopter geflogen. Ja, vielleicht ist das ein anderes Modell. Das gab schon halbwegs Sinn jetzt, ne? Kurz hier in Deckung gegangen und... Oh, jetzt sind es aber wieder ganz schön viele Gegner. Achtung, einmal E. Den Kolonnel zersiebt. Und das hier noch kurz zum Explodieren gebracht und wieder volles Leben. Direkt weitermachen, direkt weitermachen. Keine halben Sachen hier. Und normal nachgeladen, immerhin. Oh, Mann, 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 Mann. Komm raus. Kopftreffer. Es läuft noch sauber, aber ich habe ehrlich gesagt mehr Angst vor draußen als vor drin, weil hier einfach mal mit solchen Gegnerhorden konfrontiert wird, dass das echt nicht mehr feierlich ist. Und dann passieren einem halt schnell mal Flüchtigkeitsfehler. Und zwar schneller als man möchte. Verdammt, 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 verdammt. Oh, 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 oh. Das war zu einem schlechten Zeitpunkt nachgeladen. Zum Glück nur ein Gegner. Wären es zwei gewesen, hätte uns das jetzt echt ganz schön hier... ...was gekostet. Den Grenadier haben wir auch erledigt. Sauber, sauber, sauber. Wir sind ja schon fast beim Heli. Ich denke mal, es wird jetzt gleich noch eine Sequenz kommen, wenn wir ein bisschen ballern müssen. Warum steht der denn schon da? Wann, wann, ganz ehrlich, wann bist du denn bitte schön hier vorbeigeflutscht? Okay, okay, okay. Konzentriert bleiben, konzentriert, konzentriert. Noch ein Kopftre... Ui, 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 ui. Jetzt bewegt er sich wieder. Hier war doch noch einer. Der Gegner ist verschwunden. Okay, auch okay. Passt, passt. Hab ich kein Problem mit. Oh, oh, oh. Verdammt, 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 verdammt. Jetzt gerade ist es übel irgendwie. Oh, shit. Oh, shit. Nein, nein, nein. Bitte. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, mein Gott. Seht ihr, wie wenig Leben ich noch habe? Ich habe die Wut aktiviert, aber seht ihr, wie wenig Leben ich noch habe? Bitte lasst das hier einfach zu Ende sein. Kontrollpunkt ist am Start. Aber habt ihr das bitte schön... Seht ihr, wie wenig Leben ich noch habe? Oh, Gott. Ich habe wieder volles Leben. Alter, habt ihr das gesehen? Ich wäre... Das... Das... Ich könnte das selber schaffen, ohne zu verrecken. Aber jetzt versaut das meine Genauigkeit wieder. Nein. Ich habe keine Lust, dass meine Genauigkeit... Genauigkeit wieder versaut wird. Ich habe da keinen Bock drauf. Mann, wieso hätte das kein Level sein können, dass es einfach mal Standard ist? Oh, Mann, 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 Mann. Jetzt hat das meine Genauigkeit. Das ist doch echt zum Kotzen. Das zersieht meine Genauigkeit, weil damit kannst du nicht... Du kannst hier nicht genau zielen. Das Ding fliegt ja. Du kannst ein bisschen was abknallen, aber ich weiß auch nicht, ob das dann als Genauigkeitsverlust zählt oder so. Weil du ja einfach durch die Gegend knallst wie so ein Verrückter. So, da kommt wieder eine Rakete. Weißt du, das nimmt... Ah, das ist doch echt schade jetzt. Mann, das hätte so... So gut werden können. Das hätte echt richtig gut sein können. Aber es dauert nur noch sechs Sekunden. Vielleicht gilt es ja trotzdem als was gerissen oder so. Den da auch noch. Vielleicht hier noch ein bisschen. Eine Rakete rein. Oh, da ist... Oh, schön. Das habe ich ganz gut gemacht. Den nehmen wir auch noch mit. Den nehmen wir auch noch mit. Und damit sollte das eigentlich auch schon erledigt sein mit diesem Helikoptergefliege. Ja, weil er abstürzt. Ganz klar. Rambo kann hier wohl doch nicht so gut fliegen. Ist halt auch schon langsam in die Jahre gekommen. Also in dem Film noch nicht. Aber später ja dann doch. Ey, komm, das ist jetzt... Ja, weißt du, jetzt ist die Genauigkeit auf 62... Ihr habt das doch jetzt echt gesehen. Wie wird denn das bitte schön berechnet? Ihr habt doch das Level gesehen. Das war kein Tod. Ja? Top-Genauigkeit. Sich richtig... Kills pro Minute... 17,2. Ja? 61 Kopftreffer. Und trotzdem eine Levelwertung von 1. Was muss ich denn da bitte schön machen? Ey, das treibt mich hier richtig in den Wahnsinn. Naja, egal. Dann werde ich jetzt einfach die Sternjagd aufgeben. Wenn man hier wirklich... Hier gibt man sein Bistisch. Und es funktioniert einfach nicht. Da kriege ich wirklich das Kotzen. Da spiele ich lieber Terminator the Videogame. Vielleicht werde ich da besser bewertet. Weiter geht's. Und kann ich eigentlich irgendwas auswählen? Oder wie... Wie macht man hier denn Freischaltungen eigentlich? Das habe ich immer noch nicht herausgefunden. Ich habe echt immer noch nicht herausgefunden, wie man das freischalten kann. Also jetzt ist meine Zweitwaffe die AK. Ja, also keine Pistole mehr. Und die PKM halt... Ich spiele übrigens immer mit der AK. Ich glaube, ich wechsle auf die AK gleich. Weil die sich ein bisschen besser nachladen lässt, als dieses Hardcore-Gewehr. Das Hardcore-Gewehr schlägt zwar besser durch, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt sind wir mitten in der Wüste. Und natürlich kommen trotzdem Gegner. Oh, oh, jetzt wird auch noch gesnipert. Das legt ja nochmal richtig los. Suche nach Scharfschützen. Sie können aus großer Entfernung dir übel mitspielen. Das war schlecht getroffen. Ich habe es irgendwie gerade echt nicht drauf. Ein Kopftreffer. Aber ich soll hier... Okay, gut. Ich bin gerade ganz, ganz weit hinten dran. Ich dachte nämlich gerade eben, das könnte übel werden. Aber ich soll tatsächlich nur die Scharfschützen treffen, die hier so rumstehen. Und dann ist alles gut. Hätte man mir auch mal früher sagen können. Weil es sieht so aus, als rennen die anderen direkt auf mich zu. Aber ist doch nicht so. Ich zum Glück doch nicht so. Hallo, du. Das ist echt irritierend. Weil man anderen denkt, die rennen einem direkt hier vor die... Vor die Hoden. Ja, möchte ich jetzt mal so nebenbei sagen. Habe ich aber schön gemacht. Und jetzt kommen mir lauter Leute nach oben, denn... Ach, ich bin verwundet? Wo bin ich denn verwundet? Das sieht ja gar nicht... Damit meint er meine Frisur, oder? Ja. Da geht's gut. Jetzt heißt es entweder du, oder der Hubschrauber. Schießen! Habe ich jetzt getroffen? Ja, wahrscheinlich schon. Natürlich. Also, ich bitte dich, ja. Auch wenn das gerade irgendwie sehr unverständlich gemacht war, dieses Event. Oh, nochmal einer. Oh, schön, eine Höhle. Ja, ich bin... Bin doch schon da. Oh, hallo. So, Moment. Das mache ich mal so, obwohl ich noch kein Leben verloren habe, aber... Einfach so, aus Spaß an der... Alter, steh auf, Mann. Obwohl ich... Ich kann übrigens gerade der Story wieder nicht ganz folgen. Sind wir jetzt gerade in der Vergangenheit oder in der Gegenwart? In der Gegenwart werden wir doch irgendwelche Leute platt machen. Aber hier sind wir jetzt wieder irgendwie... Äh, mit dem Typen zusammen, der doch eigentlich an der Beerdigung irgendwas erzählt hat oder so. Und der ist doch gar nicht gefangen oder ist jetzt doch gefangen. Ich, äh, bin ein bisschen... Bisschen irritiert. Aber, äh, die Story ist ja eigentlich auch echt so ein bisschen... Für Fans ist es, äh, sicherlich wichtig. Äh, für mich ist das Hintergrundgeplänkel. Das, äh... Wollen wir uns schon... Alter, das lädt so langsam nach. Das ist doch wohl echt zum Kotzen. Jetzt bin ich aber echt ein bisschen pisst. Mann. Nur auf 55 und ich bin auf 180. Jetzt wechsle ich aber die Waffe. Jetzt habe... Nehme ich nur noch die AK. Die lädt, deswegen ist es auch anständig nach. Das wird ja ein immer kleinerer Bereich hier, mit... Wo man das irgendwie halbwegs perfekt machen kann. Die hat zwar weniger Durchschlagskraft, aber das, äh... Das nervt echt, wenn das so lange nachlädt, ey. Das... Das ist nicht cool, meiner Ansicht nach. Und die... Den Stern bekommen wir ja eh nicht. Haben wir ja mitbekommen, ne? Dafür braucht man ja eine Genauekeit von... Keine Ahnung wem. Da muss die KI spielen, damit das funktioniert. Oh Mann, das ist gerade echt nicht einfach. Das Level. Das ist echt... Ein richtiger Brocken. Okay, die Waffe hat zu wenig Durchschlagskraft. Ich muss die andere nehmen. Wo lebt denn da jetzt noch einer? Da. Das erkennst du eben auch nicht, weil die halt diesen... Jetzt hat die Waffe echt... Jetzt hat meine geliebte AK zu wenig Durchschlagskraft. Und ich bin gerade nur noch am verrecken, ey. Mann. Es ist ja, wie gesagt, der mittlere Schwierigkeitsgrad. Aber, äh... Trotz allem... Könnte deutlich besser laufen. Ja, mit dem... Warum ist denn jetzt auch hier die Spezialeinheit? Hier so ohne Ende hinter uns her, ey. In... Hinter uns her. Perfekt. Ja, langsam habe ich es total drauf. Hust, hust. Ziel auf Schwachstellen in... Ach so. Da soll ich irgendwas machen. Das hätte man mir auch mal ein bisschen... Naja. Warum... Kedos. Ey, ganz ehrlich. Jetzt ist aber mal irgendwo ein bisschen... Warum hast du da jetzt gerade nachgeladen? Das ergab gar keinen Sinn. Du hattest noch 70 Munitionsdingen drin. Mann, Mann, Mann. Also, Schwachstellen in der Umgebung. Weg blockiert. Dies und das. Ich mache das schon irgendwie. Läuft total bei mir. Man sollte vielleicht auch mal das lesen, was da steht. Dann macht man sich das Leben viel leichter. Ne? So, dann haben wir mal hier... Alter, ich habe dir gerade... Es ist ja wohl... Koleche. Sind hier Schwachstellen? Ne, hier sind keine Schwachstellen. Das hätte... Oh mein Gott. Jetzt... Puh. Ich weiß nicht, ob ich gerade Pister auf mich bin. Oder... Oder tippschieße auf die roten Fässer. Das sind keine roten Fässer. Das ist eine fucking Höhle, du Spiel. Und... Oh, natürlich nochmal alles von Anfang. Ja, warum genau habe ich mir nochmal gesagt, dass ich mit der Session hier das durchziehen will? Ich weiß es nicht. So von wegen, weil ich den Gedanken ganz schön fand, ey, zwei Sessions und du bist durch, ne? Hast du das Spiel? Hast du das direkt ein schönes neues Let's Play für den Kanal? Derzeit bin ich nur am Leiden schon wieder. Ja, so läuft das halt. Aber was habe ich auch erwartet, dass das hier das schönste Let's Play der Welt wird? Mit Rambo the Video Game? Hm? Hm? Ich weiß es nicht. Es ist nach wie vor ganz unterhaltsam, aber so langsam nervt das Spielprinzip und wird ein bisschen störend, möchte ich behaupten. Und ich habe schon wieder nicht auf die Schwachstelle geschossen. Und jetzt passiert wieder das, dass der acht Jahre lang nachlädt und ich dadurch mein ganzes Leben fast schon verliere. Die Schwachstelle nehme ich übrigens noch mit, ja? Einfach, weil es Punkte gibt. Ich spiele das jetzt wirklich aggressiv wie Mohun. Und keiner kann mich davon abhalten. Jetzt hätte ich aber auch echt ganz gern irgendwie mal mindestens einen Kontrollpunkt oder so, ja? Guckt mal, wie ich spiele, ja? Wie schnell ich die Dinger wegziehe. Und trotzdem bin ich immer noch am Verrecken die ganze Zeit. Oder alle paar Minuten, ja? Guckt euch das mal an! Guckt euch das mal an! Ganz ehrlich, bemerkt ihr was? So, machen wir mal hier so. Und das ist... Also Leute, jetzt bin ich... Boah! Ich werde sicherlich nicht den Schwierigkeitsgrad wechseln. Aber wir können auch direkt neu starten. Ganz ehrlich. Es ist eh... Jetzt krieg mal... Na, ach nee, oder? Ey, willst du mich eigentlich... Es war klar, dass das eine Folge geben wird, in der ich irgendwie echt ein bisschen auf den Pisser gehe. Aber dass ich das jetzt gerade neu gestartet habe, kotzt mich ein bisschen minimal an. Das ist so richtig. Das ist bisher wirklich die schwierigste Mission. Mit einfach riesigem Abstand, ja? Das ist so eine Steigerung um keine Ahnung wie viel Prozent. Aber um jedenfalls mehr als genug. Nennen wir es mal so. Aber da ist echt... Da ist so richtig das Deckungnutzen, ist das Eigentliche, was man hier machen muss. Hier ist ein Kontrollpunkt. Ich habe einen Kontrollpunkt erreicht. So, das war richtig dumm, mein Kram eingesetzt eigentlich. Ach nee, hier sind doch Gegner. Sehr schön. Leben ist wieder voll. Ich bin auch voll, voll sauer. Auf mich, auf das Spiel, auf alles, auf die Ladehemmung vor allem jetzt gerade. Alter, jetzt geht das Spiel auch noch hier richtig schön buggy um die Gegend oder was. Geil. Komm raus. So. Perfekt noch schnell nachgeladen. Okay, okay, okay. Also ich will nicht wissen, was das für eine Wertung wird bei dem Level. Machen wir das hier. Alter. Ja, schön. Hat die Granate auch mal was gebracht. Hat sie irgendwann mal getroffen. Nach acht Jahren. Das ist ja toll. So. Jetzt lass das doch bitte mal zu einem Ende kommen, ey. Das kann ja wohl nicht sein. Was man hier abziehen muss, ey, in dem Level. Und ich glaube, ich glaube, ich habe es geschafft, Leute, ey. Bitte, bitte, bitte. Ich glaube, ich habe das hinbekommen. Oh Gott, oh Gott. Ich hatte gerade die Hände von der Maus weg. Oh Gott. Und von der Tastatur und allem drum und dran. Ich dachte gerade, das war es. Ganz ehrlich. So. Boah, ich dachte gerade echt, das war es. Boah, meine Hand. Ich habe richtig... Ich bin richtig verkrampft. Also so richtig, richtig verkrampft. Nicht nur irgendwie so ein bisschen Pussy-mäßig verkrampft. Ne, ne, ne. So richtig verkrampft. So, schnell perfekt nachladen. Alles klar, alles sauber. Und dem Typen hier auch noch den Gar ausmachen. Und jetzt geh dieses Scheißseil hoch, Rambo. Und lass mich für immer in Ruhe. Boah. Und, und, äh, ich bin echt ein bisschen... Ich bin ein bisschen im Arsch. Das wird jetzt bestimmt, äh... Ich habe Hunger. Ich bin müde. Ich bin fertig mit den Nerven. Das, äh... Meine Stimme ist schon halb im Arsch. Aber ich peitsche das hier für euch durch. Ich finde, äh, Rambo ist schon Trash. Also packe ich mich selbst zum Trash dazu. Und ich gehe natürlich nochmal hier ganz klar weiter auf, 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 auf die Zähigkeit. Äh, was anderes kann ich mir gerade gar nicht mehr vorstellen. So. Weiter geht's. Boah. Uiuiuiuiui. Yeah. Wait. What the hell is that? The son of a bitch. Move down your weapon! You have more chance. I will take your life. Somehow I don't believe in him. Ich glaube dem auch nicht. This is your final warning. What do you say, John? Fuck him. Ja, fuck him finde ich eine ganz gute Angelegenheit. Auch wenn ich gerade laufe. Wie auf Schienen. Ah, ha, 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 ha. Drücke die alternative Feuertaste, um den Granatwerfer zu benutzen. Ja, mach das doch mal, ne? Vermeide um jeden Preis das Hubschrauber auf dich feuern. Ja. Alter. Das ist verdammt... Das letzte Level war schon... Jetzt habe ich mich selbst umgebracht. Ich wollte eigentlich irgendwie eine Granate nach oben werfen. Und... Oh, leck mich doch am Arsch, du. Das ist echt ein... Ein Depressiner ohne Ende, ey. Ganz, ganz, ganz tolles, großes Kino ist das hier. Ganz toll. Ach, ja. Was war... Oh, guck mal, ich kann das hier... Ich kann das durchlaufen lassen. Lalalala. Ne, kann ich nicht. Dann lade ich normal hoch, wenn ich einfach gedrückt halte. So, da habt ihr mal gesehen, wie gut das funktioniert. Ja. Wenn der Typ am Start ist, einfach mal gar nicht. Und jetzt muss ich nachladen. Und das ist super getroffen, weil jetzt sterbe ich. Wollte ich nur anmerken, dass ich jetzt... ...gerad sterbe. Oh, doch nicht, doch nicht. Ich habe es irgendwie noch geschafft, nicht zu sterben. Ich habe auch keine Ahnung wie, Leute. Ganz ehrlich, ich habe... Jetzt bin ich tot. Jetzt habe ich es... Jetzt habe ich es wieder geschafft zu sterben. Boah, also wenn ich das jetzt hier nicht gleich hinkriege, dann drücke ich auf geringere Schwierigkeitsgrade. Es tut mir leid. Es... Es macht gerade einfach keinen Bock mehr. Es bockt einfach nicht. Es ist auch keine Herausforderung. Es ist einfach nur noch Reihenfolge auswendig lernen, wie die Gegner erscheinen und dann irgendwie, äh... Möglichst sinnvoll abgehen. Das ist alles, was das gerade ist. Und dann diesen Typen hier, ja, der ist halt eh... ...die Härte. Und dann bist du halt direkt wieder tot. Nö. Äh, äh. Das, äh, das tue ich mir nicht mehr an. So leid es mir tut, ihr habt gemerkt beim letzten Level, dass ich da mein Durchhaltevermögen habe, aber jetzt gehe ich auf einen, äh... ...gerigeren Schwierigkeitsgrad, weil da habe ich echt irgendwie... ...da habe ich jetzt gerade keinen Nerv mehr für. Ich hätte das gerne auf dem Mittleren durchgespielt, aber irgendwie ist jetzt gerade bei mir alles zu. Ich will pennen, ich will das Spiel durchbekommen, will mein Fazit für euch abgeben und, äh, dann hat sich das irgendwie erledigt. So, und jetzt habe ich die auch direkt irgendwie so zersiegt. Auch nicht, auch nicht schlecht. Was mache ich denn hier gerade eben? Hallo, das ist der geringe Schwierigkeitsgrad. Der geringe... Sag mal, hört ihr mir eigentlich zu? Was ist denn das gerade eben? Oh, ich überlege mir gerade echt, ob ich das einfach sein lasse und das Finale irgendwie morgen spiele, ey. Das geht doch auf keine Kuhhaut mehr, was ich hier gerade eben abziehe. Und ist auch bestimmt super anstrengend zum Anschauen. Kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Es ist immer noch schwer wegen diesem blöden Typen da. Schaut mal, wie viel Leben ich noch habe. Seht ihr, wie viel Leben ich noch habe? Richtig, gar keins. Es ist, es ist eine, eine Freude, dieses Spiel. Dieses Spiel ist eine, eine, eine riesige Freude aktuell. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ganz ehrlich, ich verstehe es um Gottes Willen nicht, was meine Wenigkeit... Ich gehe jetzt direkt auf diesen Typen. So. Ja, es ist, es ist, es ist ja einfach anders nicht sinnvoll. Du wirst ja einfach nur zersiebt hier. Schaut euch das mal an. Du wirst wirklich echt einfach nur am laufenden Band gebummst. Hier von dem hier. Alle, alle haben so spezielle Waffen. Alle richtig tollen Shit am Start. Und deswegen stirbst du die ganze Zeit. Und das ist Rambo. Mit ganz viel Spaß. Und dann gibt es noch Helikopter. Die knallt dich auch noch ab. Weil es so viel Spaß macht, wie gesagt. Dann kommen die dann auch in deinen Schützengraben, wo du gerade eben eigentlich dachtest, du machst ein kleines Kaffeekränzchen. Also ich hoffe, da ist jetzt niemand pisst irgendwie, dass sich das jetzt auf Light spielt. Ich bin mir sicher, andere YouTuber haben das von Anfang an auf Light gespielt oder so. Ähm. Ich hab's auf Mittel probiert. Hab dann gemerkt, dass es einfach bei dem Spiel auch an ganz viel, äh, ja, es hakt an, es hakt an genügend, ganz ehrlich. Ähm. Aber was ich meine, äh, es wäre jetzt nur noch Zeitverschwendung. Es würde die Videos zu sehr in die Länge ziehen. Ich kann das hinbekommen, auf Mittel ganz klar. Ja, aber einfach mit mehreren Versuchen. Und dann muss man lernen, wann kommt welcher Gegner, damit man die rechtzeitig abknallt, weil sonst so viel Schaden entsteht. Und sowas eben. Ja, das muss man, das muss man dann alles machen, um Rambo the Videogame zu meistern. Da muss man ja immer noch nebenbei mal dran denken. Es geht um Rambo the Videogame. Ja? Nicht irgendwie um, äh, The Last of Us oder so, dass ich hier versuche, auf einer hohen Spieligkeitsstufe durchzuspielen. Rambo the Videogame. Also wer sich da jetzt anpisst, dass ich da nicht versuche, mega-Pofimäßig zu zocken. Der hat irgendwo ein bisschen was, äh, verkackt. Und jetzt werde ich auch noch von Helikoptern abgeknallt. So wie sich das eben gehört. Ah? In guten Rambo-Schwe... Äh, das ist mein Kumpel. Ich hab ihm ein zweites Popoloch geschossen. Ne, yo. Puh. Ich gehöre sowas von ins Bett gerade. Ey, das ist echt übel. Und natürlich noch eine Granate oben drauf. Da werde ich jetzt übrigens schon wieder gestorben, wahrscheinlich, im, im, im normalen Modus. Schön, dass wir den leichten Schwierigkeitscard eingestellt haben. Das hätte ich vielleicht auch schon in der letzten Episode tun sollen. Hätte ich wirklich. Dann wäre ich jetzt ein bisschen besser drauf. Ja, es. Mann. Macht doch einfach. Ich will die ganze Zeit meinen Kumpel abknallen, ja. Alter. Habt ihr das gesehen, wie lang man, wie viel man da braucht einfach an Schüssen? Obwohl das hier der Spielmodus leicht ist. Und, äh, 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 ist gestorben. Schön, wenn jetzt kein Kontrollpunkt da ist, dann bringe ich irgendwen um. Ach, er ist wenigstens Kontrollpunkt da. Das ist ja total toll. Perfekt. 10.000 Punkte. Ich bin der absolute, ach, die QTI-Events sind jetzt so langsam deswegen. Ah, na super, du. Machen wir so. Hat sich das hoffentlich erledigt mit dem Typen, du. Ich konnte den sowieso nicht leiden. Und jetzt, darf ich, darf ich jetzt endlich nach Hause gehen? Nein, darf ich nicht. Das ist ja, das ist ja toll. Dass ich nicht nach Hause gehen darf. Jetzt hatte ich mich schon gefreut, du. Oh, und jetzt kommt es auch noch mit Pferden angeritten. Rittige Kavalieros, äh, Cowboys, Zapprenners. Wir steigen dann hier mal ein und, ähm. Alter, die sind, die poppen einfach weg. Habt ihr das gerade gesehen? Die sind einfach weggepoppt. Einfach so. Einfach so weggepoppt sind die. Können, wieso, wieso, ganz ehrlich, wieso fahren wir nicht einfach weg? Ich verstehe es nicht. Warum müssen wir hier jetzt noch rumknallen, wie die Geistesgestörten? Statt dass wir uns einfach verpissen. Stattdessen muss ich hier jetzt noch ewig irgendwie die ganzen Leute abknallen. Die haben aber keine Ahnung, wo die gerade alle hinschießen. Die schießen teils in irgendwelche Richtungen, wo ich mich gar nicht befinde. Oh Mann, 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 oh Mann. Bitte lass das nicht mehr so lang gehen, ey. Das ist aber auch echt eine Herausforderung, die ich mir hier gestellt hab. Schaltet den Feind aus, bevor den... Ach, sind das jetzt meine Leute, oder wie? Bevor der Panzer mich ins Visier nimmt. Ach so. Der Panzer soll mich jetzt also schon nicht ins Visier nehmen. Jetzt schießen die schon mit Panzergranaten auf mich. Das sind aber richtige Schlingel. Möchte ich mal behaupten. So, jetzt muss ich wieder aufpassen, bevor der Panzer mich ins Visier nimmt. Aber da trifft er mich. Sowas aber auch. Das hab ich jetzt leider nicht gesehen. Aber ich muss da ja auch mal nachladen, ne. Das muss man ja auch mal irgendwann machen. Das ist aber ein lustiges Spiel, dass ich jetzt immer den Feind ausschalten muss, bevor der Panzer mich ins Visier nimmt. Mann, Mann, Mann. Du, das ist aber witzig. Das ist aber ein tolles Spielchen. Aber es ist ja richtig was ausgedacht nochmal zum Ende. Und ich hoffe wirklich ganz, ganz schwer, dass das das Finale ist. Alles andere würde mich... Würde mich sowohl psychisch als auch physisch... in gewisser Art und Weise zerstören. Und eigentlich mag ich meinen psychischen und für... Oh mein Gott. Was zum Henker? So, ich hoffe, das hat jetzt mal irgendwas gebracht hier mit... Guck mal, er stirbt einfach nicht. So, jetzt hab ich die Granate mal ein bisschen früher getroffen. So drei Sekunden früher, ja. Ja, äh, hat ja immerhin irgendwas gebracht. Ich weiß nicht, warum ich grad nachlade, aber weh, da kommt auch meine Granate angeflogen, du. Puh, ey, das ist doch echt ne fiese Kombo. Grenadier plus Kackwagen. So, mein lieber Grenadier, du bekommst jetzt aber deftig Schrot ins Gesicht. Oder Kugeln halt, ne. Schrot hab ich ja keins da. Weil ich hab ja keine Schrotflinte. Und, äh, jetzt werd ich auch noch von nem Panzer zermalmt. Das ist, äh, toll. Vorher lag ich unter einem drunter. Und jetzt werf ich nen Molotow-Cocktail drauf. Und die reichen ja bekanntlich auch, so nem Panzer kaputt zu machen. Und die Typen, die stehen da einfach drauf, man. Die machen das ganz easy. Es ist zum Kotzen. Jetzt bin ich schon auf dem geringen, jetzt bin ich wirklich auf eins von fünf Versuchen. Das heißt, wenn ich gleich auch noch verkack, ne, wie zum Beispiel jetzt, und diese Granate kommt und mich wegsprengt, ja, dann ist richtig, ist halt richtig am Arsch. Ja. Freunde, die Mission ist gescheitert. Da können wir uns alle was drüber freuen. Wahrscheinlich darf ich sie jetzt ganz von vorne machen. Ich darf sie ganz von vorne machen. Es macht's, Alter. Das war's. Ja. Freunde, es tut mir tierisch leid. Ich werde das morgen definitiv nochmal probieren. Wir werden Rambo auch noch zu Ende bringen, aber nicht so. Ich bin jetzt einfach mit den Nerven am Ende. Das Spiel hat mich geschafft. Das ist das erste Spiel, das es wirklich schafft, dass ich sage, ich will ein Finale, ich will das Spiel komplett aufnehmen und dass es dann schafft, mich zum Abbruch zu zwingen und ins Bett treibt. Es ist abnormal, das Teil. Es ist wirklich abnormal. Also an diejenigen, die die Passage schon gespielt haben, ich würde mal eure Meinung dazu interessieren. Ganz ohne Witz. Es ist der berühmte, der berüchtigte Tag danach, 15.14 Uhr. Das Spiel hat mir die ganze Nacht keine Ruhe gelassen und ich schäme mich ja fast ein bisschen dafür, wie ich in der vorherigen Aufnahme, die allerdings auch noch in diesem Video ist, ich tue ich das nicht an, dass ich euch das noch irgendwie in Folgen unterteile. Ich habe das schön und freundlich zusammengeschnippelt, aber ohne Witz, ich fühle mich so ein bisschen, als hätte ich einen Kater von der letzten Aufnahmesession. Also ich möchte das jetzt hier einfach nur rumbekommen und im besten Fall auch beim ersten Versuch. Es ist auch die letzte Mission, das habe ich bei meinem befreundeten Let's Bear Kollegen Keith Jaw gesehen und der ist da irgendwie innerhalb von einer Tour durchgerusht und ich kriege das hier nicht hin. Also es ist irgendwie, naja, ich bin frustriert. Ich bin frustriert, man hört es mir bestimmt an, aber jetzt wird das gerockt, Freunde. 15.15 Uhr haben wir jetzt. Normalerweise nehme ich immer erst abends auf und jetzt mache ich das nicht, weil mir das keine Ruhe lässt, das ist nicht zu fassen. Hey, das ist, und, und, äh, wer das mit dem Kontrollen hinkriegt, ja, Heilige. Witzker. Und da habe ich meinen ersten Tod kassiert für diese wundervolle Aufnahme, ganz toll. Wenigstens sind meine übrigen Versuche unbeschränkt. Habe ich denn versehentlich wieder auf dem anderen Schwierigkeitsgrad gespielt am Ende der letzten Aufnahme? Ey, ich glaube, weil da hatte ich ja plötzlich wieder Versuche. Ich glaube, ich bin versehentlich wieder auf den schwierigen, das ist ja wohl nicht zu fassen. Ich glaube, das hat sich gestern wieder zurückgesetzt. Das ist ja wohl, nee, oder? Ich glaube, aus irgendeinem Grund hat sich das gestern wieder zurückgesetzt, weil bei dem einfachen Schwierigkeitsgrad hat man ja unbeschränkte Versuche. Oh, nee, das ist ja zum Kotzen. Dann habe ich gestern die ganze Zeit auf dem mittleren gespielt. Leck mich am Arsch, ich hasse die Welt. Ich glaube, so weit war ich noch nie, Freunde. Ich glaube, so weit war ich noch nie. Jetzt, äh, keinen Fehler begehen. Sauber! Dick, schau doch! Guckt euch das mal an hier, ja? Genau so drehen sich Körperteile durch die Gegend. So, bitte gib mir mal einen Kontrollpunkt. Jetzt steige ich hier auf den brennenden Panzer, oder wie? Aber, jetzt kann ich auch wieder kommentieren. Jetzt, jetzt, jetzt habe ich es bald geschafft. Lang kann es nicht mehr dauern. Okay, schall den Hubschrauber aus, schütze den Panzer vor den Raketen. Okay, alles klar. Mit der mittleren Feuertaste so feuern. Okay, 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 das kann ich, das kann ich. Ich mache das, ich rocke das, ich rocke das. Jetzt ist keine Zeit mehr da, um zu versagen. Ich habe es bald geschafft, ich habe es bald geschafft, ich habe es bald geschafft. Boah, ich kann, ich kann wirklich, ich bin so gerade komplett, ich bin einfach nur glücklich, dass ich das bald hinter mir habe. Ganz ehrlich, ich bin gleichzeitig auch irgendwie komplett fertig und, und, und verstört und was weiß ich was. Und das hat glaube ich getroffen, oder? Hat getroffen, hat getroffen, ja, hat getroffen, so. Da oben ist ja das Leben von dem, äh, von dem ollen Hubschrauber. Boah, ey, bin ich, das ist das Spiel, ey, meine Grenzen, sie sind erreicht. nicht. Ja, schön, damit habe ich das erledigt und ich glaube, jetzt sollte das Level bitte, bitte, bitte zu Ende sein. Während ich hier noch kurz professionell mit meinem Panzer in den Hubschrauber reinfliege, weil ich ihn ja gerade eben nicht schon komplett abgeknallt habe. Das muss natürlich sein. Rambo löst Probleme auf diese Art und Weise, das haben wir ja inzwischen bemerkt. Oh Mann, John, du machst mich fertig. You are welcome, my friend. You have done more than you know, and I cannot thank you enough, Rambo. I must say, for such a mild-mannered man, you fight like a true Afghan lion. Stay with us. Maybe next time. Tooth and claw. War is the very blood of mankind, but you have a good heart, John Rambo. I know whatever battles you fight will be just. If you find someone who cares about you one more, a real friend in all that mud and blood and puke, that's one of a kind. And you do anything for that person, because whoever they are, they kept you on the right side of the madness. Yeah. Hä? Hä? Oh. Das ist ja wohl, das ist ja wohl ein schlechter Witz jetzt. Das ist ja die absolute Höhe. Das ist ja wohl. Freunde, ich habe nichts gedrückt. Meine Hände liegen auf meinem Schoß. Ja. Das wollte ich gerade mal so nebenbei anmerken. Das Spiel hat sich gerade einfach in den Credits selbst beendet. Mann! Das ist ja wohl echt, was wollen die denn von mir? Oh Mann, dann gehe ich aber für mein Fazit hier wenigstens noch mal kurz irgendwie in den Startbildschirm rein. Darf ich das durchgespielt? Dann darf ich mir nicht mal entspannt die Credits anschauen. Das ist doch... Oh Mann, 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 oh Mann. Das hätte ich mir vielleicht auch mal anschauen können, aber es hat ja auch ohne neue Waffen funktioniert. Wahrscheinlich wäre das mit neuen Waffen dann irgendwie mega einfach gewesen, oder wie? Achso, hier hätte man Prolog, mindestens 50 Kopftreffer. Ah, ja, das sind so... Da hätte man die Missionen auswählen können. Hier, Missionsauswahl. Und dann kann man hier drauf gehen und kann da seine Missionen irgendwie auspacken. Ah, guck mal, da sind Originalbilder drin, glaube ich. Oder, ja, super, guck mal hier. Ja, nett. Nett gemacht ist das. Ja, also das habe ich einfach mal komplett ignoriert. Vielleicht ist es dadurch auch so schwierig geworden, dass ich mir eben keine dieser Troutman-Herausforderungen gegeben habe. Das kann sehr gut sein. Wer jemand, der das Spiel gespielt hat, darf mir das gerne in die Kommentare schreiben, ob dem denn so sein sollte, dass damit das alles einfacher gelaufen werde. Jedenfalls für mich als Otto-Normal-Spieler, als jemand, der weder besonders viel Skill noch besonders wenig Skill hat, also ich habe wenig Skill in Aufnahmen, aber das liegt einfach auch daran, weil man mit aufnimmt. Und ich glaube, ansonsten habe ich nicht so schlecht gespielt. Aber das letzte Level, das ist jenseits von gut und böse, wie ich finde. Und das fand ich jetzt schon eine ganze Ecke Nummer zu heftig. Und ich werde mir, glaube ich, auch den Rest des Tages Aufnahme frei verordnen, weil das hat mich jetzt hier, das hat mich fertig gemacht, letzte Nacht, ganz ehrlich. Das hat mich an den Rand meiner Kräfte getrieben. Aber wir wollen das Ende dieses Let's Plays nicht mit Rumheulen verbringen, sondern viel eher mit einem Fazit zum Spiel. Rambo the Video Game ist Trash in seiner reichsten Form. Anders kann man das gar nicht beantworten. Also wer hier irgendwie ein high-polished, richtig gutes Videospiel erwartet, der wird mega mies enttäuscht. Das ist vielleicht was für Fans der Vorlage, weil die irgendwie ihre Geschichte nachspielen können. Das kann ich nicht bewerten, weil ich die Filme nicht gesehen habe. Aber zumindest, dass ja irgendwie die Originalstimmen drin sind und dass Rambo wirklich die ganze Zeit so aussieht als Camer aus einem 80er-Jahre-Film oder eben aus einem Playstation-Spiel, das ist ja zumindest authentisch. Man darf an dieses Spiel nicht zu hohe Erwartungen haben. Die werden definitiv enttäuscht, ja. Wenn ihr euch dieses Spiel zulegt, müsst ihr euch bewusst sein, dass ihr bis zu einem gewissen Maße Schrott kauft und dass ihr für diesen Schrott bezahlt, dass dieser Schrott aber auch sehr witzig sein kann. Also meine Wertung ist in dem Falle, dass wenn man sich auf sowas einlassen möchte, ein bisschen lachen will, dass man sich das dann mal kaufen kann. Allerdings nicht für 30, 40 Euro. Also es ist nie und nimmernd ein Vollpreis wert. Dafür ist die Spielzeit auch viel zu kurz. Deswegen würde ich sagen, wartet mal, bis das irgendwie in so einer 10-Euro-Kollektion draußen ist und dann könnt ihr das mal im Mediamarkt oder im Saturn oder im Müller mitnehmen und habt dann damit vielleicht irgendwie witzige zweieinhalb Stunden. Holt euch noch einen Kumpel dazu, der das im Koop mitzocken kann und dann könnt ihr euch darüber den Arsch ablachen. Aber für mehr taugt Rambo the Video Game meiner Ansicht nach nicht. Eure Meinung zu Rambo the Video Game auf jeden Fall in die Kommentare. Übrigens, das mit der Grafik habe ich immer noch nicht so wirklich verstanden, warum die an manchen Stellen ganz gut aussieht und an anderen Stellen wieder wie Schrott. Die Mucke ist ganz cool und ansonsten hier, das geht halt auch nicht. Das Missinons-Auswahl da drin steht, obwohl das Spiel jetzt schon seit einigen Tagen draußen ist und immer noch nichts gepatcht wurde. Also das ist ja... Da merkt man schon, dass sie sich, glaube ich, auch ganz gut bewusst sind, was sie da produziert haben. Zum Let's Play an sich. Rambo the Video Game hat mir so traurig, dass auch Klingt die Diebe zum Let's Playen wiedergegeben. Also es kommt ja jetzt immer um 18.30 Uhr, wird ein neues Let's Play erscheinen. Danach wird auch nahtlos ein neues Projekt anknüpfen hier an Rambo the Video Game. Und ja, ich habe wieder da richtig tierisch Spaß dran. Habe aber auch gemerkt, wie ich das gar nicht mehr gewohnt war, irgendwie länger als eineinhalb Stunden am Stück was aufzunehmen und wirklich so in ein Spiel reinzukommen und mich dem auch zu widmen. Und das muss ich noch so ein bisschen lernen. Aber trotzdem hat mir das Let's Play sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch vom Kommentarstil her gefallen. Kritik auch da natürlich gerne in die Kommentare. Und ja, zum Ende möchte ich nicht viel sagen. Ehrlich gesagt, für euch war es wahrscheinlich wieder mega lustig, weil ich ein bisschen meine Schnittmuskeln habe spielen lassen. Also ich werde das am Ende hoffentlich für euch halbwegs humorvoll zusammengeschnitten haben. Aber das war wirklich einer meiner härtesten Momente als Let's Player hier, das Ende dieses Spiels. Naja, ist ja auch ganz egal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal, damit ihr auch bei weiteren Let's Plays dabei sein könnt. Und lasst noch einen finalen und letzten Daumen nach oben für dieses Projekt da, wenn es euch denn im Gesamten gemundet hat. Schön. Und damit verabschiede ich mich jetzt. Rambo the Video Game over and out. Bis zum nächsten Let's Play.